CV-Parsing? Was ist das denn? Das CV-Parsing mag relativ unbekannt sein, kann aber über den Erfolg deiner Bewerbung entscheiden, dass es bereits von vielen Arbeitgebern in Deutschland eingesetzt wird. Ich erkläre dir heute, was es damit auf sich hat und wie du deinen Lebenslauf optimal vorbereitest, damit er auch wirklich von Personal eingelesen wird. In diesem Video haben wir wieder mehrere Extras für dich, die dir auf jeden Fall bei deiner Bewerbung weiterhelfen. Also, dranbleiben! Das Wort CV steht erstmal für Curriculum Vitae, also quasi Lebenslauf auf Englisch. Parsing steht für das Analysieren bzw. Zerlegen von etwas. Vereinfacht gesagt, ein CV-Parser analysiert deinen Lebenslauf. Die sogenannten CV-Parser sind Computerprogramme, die deinen Lebenslauf auslesen, wenn du ihn als Teil einer digitalen Bewerbung versendest oder hochlädst. Wenn du also deine Bewerbungen in einem Bewerberportal hochlädst, wird sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erstmal von einem dieser Tools ausgelesen. Das CV-Parsing soll dadurch in Personalabteilungen helfen, Lebensläufe nach passenden Bewerberinnen zu filtern, um somit Aufwand und Zeit zu ersparen. Da einige Unternehmen sehr viele Bewerbungen erhalten, sind die Algorithmen, die beim CV-Parsing eingesetzt werden, notwendig, um der Masse an Bewerbungen Herr zu werden. So wird eine gewisse Vorsortierung der Bewerbung gewährleistet, bevor diese überhaupt von einem Menschen gelesen werden. Für dich als Bewerberin hat das den Vorteil, dass du nicht überall unterschiedliche Bewerbungsmasken ausfüllen musst, sondern deine Bewerbung normalerweise direkt als PDF hochladen kannst. Zudem ermöglicht Parsing die sogenannten One-Click-Bewerbungen, wie es sie beispielsweise bei Xing oder LinkedIn gibt. Als Bewerberin sparst du dir also auch Zeit und Aufwand und musst nicht immer unterschiedliche Formulare ausfüllen. CV-Parsing funktioniert so, dass die Daten aus deiner digitalen Bewerbung ausgelesen werden, um herauszufinden, ob du theoretisch zu der Position passt, auf die du dich beworben hast. Die ausgelesenen Informationen werden in einer Datenbank abgelegt. Für die jeweiligen Positionen können somit dann gewisse Filter eingestellt werden, um passende Kandidatinnen zu identifizieren. Dazu können deine bisherige Berufserfahrung, dein Abschluss, Noten oder auch Fremdsprachenkenntnisse gehören. Die Krux dabei ist, dass dies in deinem Lebenslauf möglichst passend angegeben werden muss, damit es vom Parser erkannt werden kann. Die Struktur deines Lebenslaufs und die Auslesbarkeit für das Computerprogramm sind daher von entscheidender Bedeutung. Wenn du deinen Lebenslauf nicht so strukturierst und mit den richtigen Wörtern versiehst, damit der Parser dich als richtigen Kandidaten identifiziert, kannst du aus dem Bewerbungsprozess fliegen, bevor ein Mensch deine Bewerbung zu Gesicht bekommt. Es kann beispielsweise sein, dass als Filter für deine gewünschte Position Englischkenntnisse auf verhandlungssicherem Niveau eingestellt sind. Wenn du nun aber Englischkenntnisse mit 4 von 5 Sternen angibst, kann der Parser damit wahrscheinlich nichts anfangen und du wirst nicht in den potenziellen Kandidatenpool aufgenommen. Außerdem können Personale auch nach bestimmten Schlüsselbegriffen, sogenannten Keywords, in der Datenbank mit den ausgelesenen Informationen suchen. Somit können Kandidaten nach bestimmten Attributen gefiltert werden. Und nur diejenigen, die die richtigen Keywords in ihrer Bewerbung verwenden, werden dann auch gefunden und nochmal genauer betrachtet. Ganz schön hart, denkst du dir jetzt? Aber kein Problem. Ich zeige dir jetzt, wie du deinen Lebenslauf dafür auslegst. Wie bereits erwähnt, sind die Struktur und die Keywords deines Lebenslaufs besonders wichtig. Schaue dir die Stellenbeschreibung genau an und versuche, ähnliche Worte zu nutzen. Wenn dort also von Steuerung von Vertriebsprozessen die Rede ist, verwende idealerweise auch genau dieses Wort in deinem Lebenslauf. So gehst du kein Risiko ein und der Parser erkennt deine Fähigkeit mit genau diesem Keyword. Außerdem wichtig in diesem Zusammenhang und sowieso immer besonders wichtig in der Bewerbung ist daher eine fehlerfreie Rechtschreibung. Da die Erkennung der Daten textbasiert ist, muss dein Text dazu natürlich auch in der korrekten Schreibweise sein. Einige Bewerber erstellen besonders optisch ansprechende Bewerbungen in Grafikprogrammen. Das sieht zwar schön aus, kann aber dazu führen, dass diese nicht ausgelesen werden. Der Parser arbeitet textbasiert. Daher sollst du deine Bewerbung idealerweise in einem Textprogramm wie Word oder Pages ausarbeiten. Optische Highlights sind kein No-Go, sollten aber so angelegt sein, dass der textliche Inhalt ideal auslesbar ist und nicht in Bildform verschleiert wird. Designs, die dies gewährleisten, findest du in unserem Shop, der unter dem Video verlinkt ist. Schwierig kann es auch bei Tabellen und Sonderzeichen werden. Wie bereits angedeutet, sind 4 von 5 Sternen bei Fremdsprachenkenntnissen für den Parser wahrscheinlich nicht auszulesen. Verwende daher auch hier ein sprachliches Äquivalent wie gute Englischkenntnisse, verhandlungssicher oder Muttersprache, je nachdem wie dein persönlicher Stand ist. Extra-Tipp, der europäische Referenzrahmen mit den Klassifizierungen A1 bis C2 kann vom Parser sogar fälschlicherweise als Führerscheinklasse ausgelesen werden. Gehe also auf Nummer sicher. Jetzt weißt du, wie du auch an den Türstern im Bewerbungsprogramm vorbeikommst und dich als richtigen Kandidaten präsentierst. Denke daran, dir unseren Shop anzuschauen, wo du passte Bewerbungsvorlagen mit Mustertexten findest. Lass uns einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Viel Erfolg! Säk mutations mit un cancel. Vollecek Säk Säk Vielen Dank.